ja dafür jetzt haben wir gleich noch mehr verstärkungsgruppen jetzt noch mehr leute aber bitte sagt mir du bist die leute auf alter wie soll ich da reinkommen okay mit denen könnte man langsam jetzt nicht aufhören das ist jetzt nicht mehr lustig aber mit denen haben sie aber aufgehört jetzt kommen die blöden typen dafür das haben sie mit dem verstand zum aufgehört kommen sie mit denen jetzt habe ich ja noch festhalten weil sowas überhaupt nicht überhaupt nicht schlimm 34 silica ja okay sie kann sie aber nicht teleportieren gott sei dank welchen abfall bekommen sagen erzählen ausweichen ja das ist gut das ist überhaupt schon 16 teilt gefällt mir nicht bedeutet da können noch sehr viele andere zu kommen habe ich irgendwelche anderen exe mit der ich besser treffen kann nur selber externe aus ja wegen ihnen kann sie aber sagte mal hier kampfmeister und jetzt mit so hat ja noch diesen horror den ich ja ich bis jetzt hinter mir ab 12 133 wir werden ja wohl nicht beide treffen oder ich mache ich weiß nicht mal was er ist ja gleich trotzdem noch mal bei wands kommende man kann ja noch er mich treffen dann kann man ja jemand er geht auf eikon ist los wer hat rettung sehen wer hat rettung finde mich jemanden heraus retten können mit der rettung wer hat mein rettung ich habe schon einmal eine rettung verbrauchen da ist jetzt noch keine animation gab soll den dinde das bin ich jetzt oder du hast noch rettung ich weiß naja aber dann nehmt du auch mal so rein nein jetzt kann ich mich nicht bewegen das ist trotzdem zeit erreicht wenn man schon mal dem nächsten zuge passiert da scheint er wohl ein bisschen mehr auf angriff los zu gehen durch seine eigenen kollegen mal treffen da war ich aus 15 48 kommen gerade links von mir schon eine aufgetaucht weil die runde überhaupt vorbei war ich muss da gleich rein stürmen mit meinen leuten wenn ich mal schaden machen würde so wird er keine versteckung noch mal bitte das ist lange nicht zu viel wie viele leute sind noch gar zu lang so wenn das so da bleibt dann können wir so langsam die leute jetzt recht stützen weil ihr beiden hat wahrscheinlich rettung und sohne ich jetzt mal raten jedenfalls so wenn jetzt hat alles mit den verstands truppen wer haben wir perfekt dann muss ich noch den ansturm von gegnern erstmal überleben kein problem weiter mein ja alles die die digger sind ja eigentlich auch nicht so stark nur die reichweite und gehen und alle abzeuge ist nervige so ich würde schon fast sagen ging es unterricht wir am besten gerade und er hat ja auch nur die reichweite anders kann er ja nicht treffen oder doch gibt es ja irgendeine mächtigkeit wie ich sie erledigen kann ich glaube nicht sind gleich gesagt auch nicht so stark ich kann eigentlich hier eingehen sie kann ja einmal hier ja natürlich definitiv machen weil sie kann sich einmal wieder abnehmen da wurde die dem stein so ich kann sie nicht zur not auch noch retten das ist jetzt nicht so wir haben ja überwiegend magier fysische kämpfer naja du bist ein magier du machst 25 schaden das macht sie tot genau das ist dieser miste ja wenn ich die alle erledigen meine magier meine magier meine magier ja perfekt 37 jens 20 ich könnte im doppel ich weiß auch schon genau wie die versorfen erstmal muss ich sie da weg holen warum machst du ihn jetzt fertig mal ausweichen wir es wäre sehr gut dankeschön da kommen wir langsam nahe an den am zieler an ans zieler an da mache ich den ja immerhin auch noch erledigen da haben sie auch schon bewegt ja ja ich habe mich vielleicht irgendwie zurückziehen sollen nimmst du hier muss ich gar nicht erledigen mann ich habe geplant ihn hier mit dem schwert zu erledigen aber ich komme da nicht hin da habe ich immer einmal ja so versteckt seine mehr alles ja ich sehe auch hat er steht in so einem blöden ding drin ich habe gar nicht gesehen ganz ganz außer der geht auch wenn sie sehr dumm ist gerade da hat wird leider nichts also hier wird den zug ist man aber neu machen ich mach dir jetzt einfach noch weiter warum nicht hast du hast du vielleicht naja ich habe ja auch noch oh mein gott so aber irgendwer wird jetzt hier drauf gehen oder auch nicht da oben macht der auch kaputt ok aber die sagt mir nicht dass er irgendwie in zeitloch das war so naja ich habe es kapiert hier sind verstärkungsung jetzt ist aber auch mal genug ich muss auf ihn losgehen ich habe übrigens reiten die jetzt vorhin gesagt waren die jetzt ist ein anderer charakter auseinand vor allem ich würde mal interessieren ob ich ihn jetzt überhaupt schaden machen kann irgendwie nicht er hat 37 verteidigung alter sandsturm er hat die fähigkeit von links absorbiert sonne auch aber ich habe ja auch noch nicht wie soll ich nehmen jetzt jemals erledigen noch 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 Man kann sie nicht ansehen ein schlag pustet die sache ist sie sind noch nicht mal so stark sind voll einfach zu erledigen sag ich mal so schwer zu verlegen er sagt ob der auch eingeschlagen wird aber die werden jetzt alle ja gefressen als einer bleibt noch übrig 2 und er kann es kommen bewegen er tut es gar nicht bewegen sich gerade stationär 37 ich bin noch mal ausrecken damals in der platz dann ist eigentlich nur noch nie da oben der da ganz unten die die sich gar nicht mehr bewegen und dieser rüstungstyp da übrig müssen wir uns doch langsamer um den kümmern ja ich muss schaden machen gegen den jetzt das nicht weh ich muss jetzt irgendwie schaden machen gegen hier da war das brüste die alle auf sind aber zwei jährig wird lasst mich raten der hals danach hoch oder irgendwie so was hat ok gerne steckt sie da oben fest so keine verstärkung stoppen ok also du kannst mal entkommen naja ok wieso war das ja das ding ist einfach nur boden und emblem energie ja das einfach nur ich meine ich gehe da natürlich hin so wir brauchen genau sein du vielleicht stimmt ich habe den panzer wahrscheinlich haben wir uns endlich hier der ziel gerade natürlich sehr gut gerade so irgendwie muss ich jetzt da angekommen ok greift er nur dieses gebiet jetzt gerade ich an nur das hier natürlich sehr gut jetzt gerade eigentlich noch nicht ran aber jetzt komme ich dahin sagt da da ist es gleich nur noch übrig und ich weiß immer noch nicht genau wie ich mich bin kann man soll ich gerne mein hauptcharakter jene so aber langsam haben wir es bald ich möchte noch mal erinnern ich mache immer noch 0 schaden gegen den ich traue mich auch nicht den anzugreifen weil ich nicht weiß ob es dann irgendwie hat tut oder so ne so greift er jetzt die leute an die in reichweite sind ich weiß nicht genau wie da funktioniert es mehr ein ausdauerkampf als irgendwie es gilt haben weil ich sagte ne geht es kaputt so und ich mache ich werde ich ah kam ne ist doch jetzt gut so ich will einfach nur sehen wir das ist okay reichst du hat ich will sehen was das ist aber das sagt da am boden gar nichts da warten sollen aber wie gesagt wir sind ja nicht so schwierig zu erledigen bock nervig so war leider gedank hier irgendwie mit mit waffen reinzugehen die irgendwie benutzbarkeit haben sowie eine ausgruppe im namens mail allein das macht mich schon aber er greift mich auch irgendwie nicht an also soll dazu gedacht sein ich verstehe doch nicht genau wie das hier abläuft mal schaden warum mache ich jetzt auf einmal schaden er macht mir so viel schaden ich habe es übrigens gar nicht aufgepasst wird er jetzt macht da ist aber auch einige der leute hier sind mit einem schlag weg okay warum hast du dich in reichweite ein gegner so da ist gar nichts ist auch gar nichts man meinst du das hier meinser oberste naja ich sage hatten andere teleportiert weiß ich mir jetzt auch egal da wir können uns jetzt um den typen starten den kampf novene also erscheint ja nicht angreifen zu wollen von alleine da gab da irgendwie nur an wenn irgendwie weiß ich nicht wenn ich irgendwie warum kann ich nicht ja ich muss schaden gegen wir machen er steht gerade so blöd so angreifen wie mache ich das und jeder ist ja mit einem schlag weg und da hat sich wahrscheinlich auch noch auf den auf dem ding näht oder nicht nicht gerade da ist ein ausweich denken dass ich da mal ein da du kannst ihn angreifen ohne da kommen wir mal wieder die abläuft ich bin auch noch teilen das kannte wir waren da warte mal steht doch jetzt hier voll drin woher auch wieder jetzt gleich im nächsten zug irgendjemanden angreifen das ist ja schon drei stunden ich habe es ja so weit mehr dp 10 prozent aber gut naja das war irgendwie so eine fähigkeit verlieben wow jetzt hat er sich wieder hoch ja nein nicht unbedingt stärkung separativ das auch nur stärkung sie fach gar kein schaden wenn er sonderer einsätze dann kann er sich nur die ganze zeit wieder hoch ein ein bisschen geschaffen ja so ein bisschen gespannt was passiert hier jetzt passiert mal nicht geht jetzt diamant drauf weil er jetzt in reichweite von dem ding ist ich hätte mal daraus erwartet mal was auch in ihre sachen wir werden wohl nicht mit einem schlag fragten die bad 48 er macht ihnen gar keinen schaden ganz wenigstens schwächen aber nur 0 schaden macht naja sogar sei da doch gleich ich überlege irgendjemand so sagen da der mand mein gefall und fragt mich alter ist eine menge schaden ja jetzt bin ich mal gespannt mit der kille nicht mit einschlag okay da er scheint aber auch nicht von selbst irgendwie mich angreifen zu wollen wenn sie ehrlich gesagt gut finde aber vielleicht ändert sich da der hausen war sie kann sie erleben wenn man die typen soll noch ein bisschen dafür da sein hat man irgendwie seine wandleister unsere reis auffüllen soll muss ich mal hier gucken da er macht schaden guckt sich daran an da sehe ich noch gerne schon sagen ich habe ein schwert hier aber im moment noch nichts ich musste ja noch an das ging geschahen da kommen meine wichtigen charakter wie man alle schaden und 20 28 ich habe mit potenzial die ganze zeit hoch ein ne so erst einmal aber er nimmt jetzt schaden oder auch nicht na gut ist ja egal ich war ja drin hätte er seine staatswerte trotzdem sinken auch wenn er nicht schaden macht ein treffelter nach hause ok macht 45 schaden das ist eigentlich nicht ist ja genau richtig sind 30 ich kann nicht rechnen aber so war schon eine war statt irgendwie nichts zu sagen hat naja sie sagt mir mein vater ich will mal gerne hat bündniskuss ausprobieren aber man habe jemals die chance hat auszubewehren ich weiß es nicht man damit man die erste leistung mal weg wollte ich dann nur der hauptcharakter sein dann habe ich ja kann ich war nicht auf kater jetzt möchte ich einfach alles umbringen das ist eine japan und 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 ja da schon stirbt gestehen ich glaube ich glaube nicht natürlich noch weiter locker reden kannst wir werden auch dabei helfen wir machen so wenigstens schaden nein ich sagte mal meins anstorben nehme mache ich nicht manchmal wenn ich links machen stehen ja mache da das brennt aber nicht will es mich auf den armen kommen ich bin jetzt hier gegen kratzer 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 ich meine jeder von denen hat einen dialog was wäre passiert wenn ich mal wir mitgenommen ich bin jetzt hier gegen kratzer die russi 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 da wollte ich dann zweimal einschaden nie darum nicht mal mit dem pfeil schaden gegen ihn das ding war in feiern dem 1 wortwörtlich der einzige teil was gegen dachen schaden machen konnte ich mache nichts an schaden gegen gibt es da einfach nicht mal war weil sie sagt der mann da selbst sie macht ein bisschen schaden ja da bringt es nichts das jetzt schon einzusetzen mal hier genau deswegen bringt es nicht das links einzusetzen weil sich immer wieder hoch halt dadurch ja kann noch eine heiße minute dauern na ja mal der schaden macht bis hin weil du hast im nächsten zug nicht an naja was geht naja Untertitelung des ZDF, 2020 Er hat die Patienten auf uns geschickt, also Er hat die Patienten auf uns geschickt, also Er hat die Patienten auf uns geschickt, aber dann auch die Patienten auf uns geschickt. dann wir verschauen macht links der portrag neuen schaden das go ja ja ein hat er abgezogen so alter wie viel schaden macht er meine aufgabe ja danke okay man auch gar da muss dann also regeln verstehe ich verstehe aber immer nichtbad hier hinterlassen worden ist anscheinend einfach nur dass ich jetzt einfach mal rein einmal entstehen die einsätze ach das geht nicht weg da wurde aufgeladen aber da ging nicht weg wenn ich glück habe den zug schon da und jetzt dann muss ich den er machen dadurch die fähigen den zu bauen ich war einfach alles was ich habe auf den möchte noch okay kommt schon einmal so ein sturm sehr gut aber der gott von einem übergezogen die einige leute schaffen aber recht gut zu treffen wahrscheinlich so gedachten es ist schwächer geworden jetzt irgendwie habe ich dafür ich habe ihn jetzt viel einfacher näher wird stärker je mehr so den krieg so hat man jetzt kaum noch sie hat naja der ist in diesem zug da ich möchte nur alle am leben ja ja ne 1 2 3 4 5 19 11 12 13 sind kommentiert so dieses kapitel muss es sich mal vorstellen ohne zeit des teils war der absoluter horror muss es die sonne einsetzen ehrlich aber dann machen wir den hier einmal kurz dansen ich glaube man auch fragt da muss eigentlich genug schaden machen ich hoffe es jedenfalls wo kommt es da ganz zu schaden er egal rein da kommen wir auf jeden jeder auf jeden und ganz doll oh my god oh my god oh my god Ich weiß nicht, was ich wusste, was ich wusste, was ich wusste. Es gibt keine Kategorien. Ich sage es. Ich habe gesagt, dass ich nicht Eil sei. Ja. Eil sei? Was ist das? Welche Eil sei? Der Eil sei, woanders? Der Eil sei... Ich habe einen alten Knapp aus dem Knapp aus der Welt, und er hat am besten gebeten. Ich dachte, er hat mich daran gedacht, dass ich mich für meine Frau anruf habe. Aber er hat sich keinen Abschluss. Aber dann… Ich habe eine Knapp aus dem Knapp aus dem Knapp aus dem Knapp aus. Ich habe keine Mose-Knapp aus dem Knapp aus. Ich habe keine Angst, aber ich habe keine Knapp aus dem Knapp aus dem Knapp aus. er hat zufällig so aus wie hier 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 Ich habe nur noch einen schönen Tag gehabt. Ich habe nur noch einen Teil von mir, dass ich nur noch einen Teil des Irr. Aber ich habe auch einen Teil des Irr. Ich habe nur noch einen Teil des Irr. Ich habe mich, dass ich mich nicht mehr als Irr verletzte. es ist wirklich notwendig so ein plot irgendwie zu machen warum kann man nicht einfach sagen oder wohl immer böse wird kommt hier eigentlich alles nur so ein grund irgendwie damit irgendwie so ein bisschen mehr disconnected von ihm ist damit es einfacher ist ihn zu töten ja Ja. 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 Ich habe noch eine Art, die du schlägst, die du schlägst. Ich bin mir sicher. Wenn ich sterbe, dann wird der Herz nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr, dass ich mich nicht mehr verlieren. Das war's für heute. Ich kann mich nicht mehr über die Heiligen und der Heiligen Geist sein. Aber wenn ich mich, wenn ich mich aus der Verlust, dann bin ich froh, und ich kann mich selbst schlafen. Warum ist das? Warum ist das so weit? Ich bin ein eigener Mensch. Ich bin ein eigener Mensch. Aber... Wenn du... Wer... Wer... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Und... ... ... ... ... Ja ... El-Sama! El-Sama! Das... Die... Die... Was ist das? El ist das letzte Mal. Was hast du gesagt? Es ist egal. Es ist egal. Es ist egal. Es ist egal. Hast du mein Name? Hast du gehört? Mein Name ist... Rafale. Rafale! La... Töne... ... ... ... ... ... Fahl? Warum habe ich mich vergessen? Ich habe mich vor dem Erl zu sterben. Ich habe mich vor dem Erl zu retten. Ich wollte das, was ich. Ich habe mich nicht zu retten. Ich wollte ihn nicht zu retten. Ich hab mich nicht zu retten. Ich wollte diesen Gefühl nicht. da sind sie? Ich habe mich noch nicht zu retten. Ich habe mich noch nicht zu retten. Ich wurde nicht zu retten. Ich habe mich noch nicht zu retten. Das war's für mich. da ist irgendwie lahm ja danke ja 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 Das ist alles, was ich wünschen, was ich! Diese Schöne, die Schöne... Ich kann nicht nur die Schöne... Ich habe die Kraft. Ich habe die Schöne. Ich habe keine Angst. Nur... Ich habe nicht gewonnen. Das ist nur das, was ich. Was ist das? Die Ruhige Kraft haben, dass sie ihre Kraft haben, dass sie ihre Kraft geben können. Du denkst, dass das wirklich ist? Ja. ich dachte er wird jetzt aber ja Ja. 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 wir anschließen das ist wirklich notwendig dass da irgendwie die story da irgendwie so erklärt wir alle wissen das ist ein dlc oder schon ein bisschen öfter passiert kollege er ist so hast die lc auf extrem abschließen ja Jetzt geht's. Ich werde nicht mehr sprechen. Ich werde wiedersehen. Raffael. Raffael? Was ist das? Ich bin sehr dankbar. Ich wünsche euch immer noch etwas zu sehen. Ich bin kein Problem. die musik aus dem spiel 168 stunden da ist ein zeichen ich meine das steht dafür dass die jetzt die abgeschlossen haben ja okay minna kommt zu uns rüber wer beinahe wir haben ein mauer wie er ja das ist ein paar die Ich werde wieder in den Krieg sein, aber... ...dass ich mir das? Wenn ich mich so fühle, was ich nicht so gut für mich, ... dass ich mich so fühle, dass ich mich so fühle. Ich bin ein Vergnügen. Ich denke, dass ich ein Verständnis nicht mehr als neue敵, ... aber ich denke, dass ich mich sehr gefährlich fühle. Ich denke, dass ich mich sehr interessiert habe. Aber... was weiß ich denn nicht? ... dass man den Welt verraten kann... ... es wird verraten, was sie? Madeline? ... hier... ... sagten wir einfach einen Möbel... ... und alle ... ... die anderen ... ... wir sind nur ... ... dass wir gerade ... Das ist doch so, was du? Ach, Madeline... Was der... ...Mobbe gesagt hat... ...ist du... ...ich... 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 positiv überrascht sein wird wenn sie ihn auf anderen seite sieht Es ist ein Problem, dass wir uns nicht wegnehmen können. Wir müssen uns nicht wegnehmen, sondern wir müssen uns nicht wegnehmen. Ja, das stimmt. Aber wenn wir uns hier warten, dann müssen wir uns nicht weitergehen. Wir müssen uns nicht überlegen, dass wir uns nicht überlegen. Wir müssen uns nicht überlegen. das einzige was ich jetzt bereue ist dass ich das jetzt hier nicht gespielt habe bevor mani gestorben ist da gibt es bestimmt auch eine interaktion das ist es ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich meine Ich bin, Gregory und Madeleine, und dann, Moe. Ich bin immer wieder mit 4 Menschen zusammen. Ich bin, wenn man in der ganzen Welt ist. Dann gehen wir. Ich bin der Ereos-Tatik. El, Daphaar. Ich bin immer wieder. Danke. Oh Sorry, da muss ich aber auch kurz mal abstellen Weil ich mir ziemlich sicher sind Das kopier geschützt also das intro von vor allem im engage Also ja Ja die jetzt ist vorbei offensichtlich Weil das ganz schön in sich Ja, ich fand das DLT recht gut ehrlich gesagt Story mäßig auf jeden fall Schon fast ein bisschen interessanter als die haupt story wenn ich ganz ehrlich bin Er ist übrigens nicht das intro was gerade im hinter und abgespielt wird es ein remix vom intro Interessant So ein leichter remix Ja Einige sachen am dlc war nicht jetzt nicht so toll vor allem hat die ganzen sachen irgendwie gescriptet waren Also die ausrüstung die level der karakter und aldat Das waren dich jetzt nicht so ich hoffe die machen daraus nicht irgendwie Nicht eine angewohnheit das hier ist mal zu machen späteren spielen und so Und das muss nicht unbedingt sein das macht alles nur unnötig schwierig fand ich wander Von allen leuten Also ja aber an sich die story fand ich eigentlich gut ich wollte die story gut Obwohl ich auch hier so einige entscheidungen nicht gut fand Ja ich war in wirklichkeit nicht wirklich nägel Ich bin eigentlich nur in personen die genauso aus wie wie Ich weiß nicht Aber wie gesagt bei einem modernen farm dem ist alles immer so ich fühle ich mir fällt mir hat deutsche wort davon ein Konvenient Als scheint sich immer irgendwie so zusammenzufügen so So ganz passend weil ich dabei ein fein mit feldsamt aller schlimmsten so es ist ja grege und madlin haben sich deiner gruppe angeschlossen sehr cool Also nicht Also nicht Oder auch nicht Oder auch nicht Einfach so Konvenient Genau wie mein ich Auch auch her und anfang geschlossen also beide warum nicht ich hoffe nur ich hoffe nur rafael ist jetzt etwas besser so von den werten her weil wenn der die gleichen werte wie ihm die erziehert dann ruckert ausgleichen so dämonen wird abschlussbelohnung christische tasche magie kadone aber das sind sachen für 20 gemeister siegel tränkte stärke damit so wie auf die klasse verzaubert magie kann und ihr fand möchtest du eine dieser klassen ist ein spezielles item notwendig neue klasse verzauberer zauberung verbrauchen items und waffen um sich selbst und verwirrt zu stärken einen klassenwechsel vor eine mystische tasche ich würde schon fast schauen irgendwie da reinpacken mit auch in den einzigartige einzigartiger karakter ist weil er sieht irgendwie mehr so aus als wie jemand irgendwie items einsetzen würde das heißt nicht item raus vielleicht verbinden besondere effekte je nach verwendet zeiten machen auch schon braucht eine waffe aus dem inventarum alle gleichnamigen waffen für die dauer der schlacht zu stärken nach dem magie kann man die kann und ihre decken gegner aus großer entfernung mit angriff nein einem klassenwechsel fort eine magie kanone die angstärke von magie kanonen basiert auf ihre behält behändigkeit ihrer treffer quote hängt von ihrer stärke figuren ziel entfernung ab angriffshage verbracht ausgerüstete granaten und gebiete in der nächsten runde mit mächtigen artillerie angriffen einzudecken gefahren zum firma die kanonäre und es stellt sich optisch von den normalen gefahren zone ok cool dann ich auch neue waffen jetzt kann ich wahrscheinlich diese sachen kaufen vielleicht wahrscheinlich ja so waffen kaufen oder kanaden oder irgendwie so das ist aber für ein klassenwechsel ok ja ich habe ja zwei bekommen und ich werde jetzt nicht mehr leute irgendwie da einfach so eine klasse eine person wenn ich wahrscheinlich pro klasse benutzen mal schauen und dafür habe ich als zwei jetzt bekommen sehr cool damit werde ich mich wahrscheinlich verfassen jetzt suchen wir mal unsere charakter richtig man die laufen ja auch um schön geht erstmal chillen ja im ding ist klar okay ich noch nicht mal wie sie aussieht hier in klamotten haben wir mal rennen haben wir mal rennen wie sie direkt trainieren ja irgendwie ungewohnt sie ohne helm so zu sehen jetzt haben wir wieder unsere üblichen alltag hier zurück da wie gesagt ist soll hat mir gefallen auch wenn ja an einigen ecken so ein bisschen so ja ein bisschen komisch war aber allgemein von schlag waren gut geht sie da war so auf dem level von dem action wolf dlc von von free houses fand ich da hatte ich mich jetzt fragen wenn wir auch irgendwie so nehmen quest noch haben obwohl er nicht mehr gibt es ja nicht so neben quest sein das sind eine menge sachen nicht für zwei sterne bekommen ab also auch steht jetzt irgendwie soweit ich habe abgeschlossen ob wir irgendwie sowas nennen so falls dann aber jemals wieder nochmal spielen will also dieses spiel was ich wahrscheinlich irgendwann machen weil er auf einen höheren schwierigkeitsgrad da möchte die jetzt hier war nie mehr auf schwierig spielen da ist mir einfach zu viel ist ja durch vor allem wie willst du überhaupt machen wenn er irgendwie schon früher irgendwie spielen können da kann es ja bestimmt schon früher starten als jetzt hier kapitel 23 wo ich jetzt auch gerade bin so ich kann es ja nicht sehen wie charaktere aussehen in dieser welt außer wenn ich hier hingehe da kann man sich die dings auch anschauen ich kann warten was mein ich will man schon wie die so aussehen eine abzeigung von nachfall des dämonen nach in die schlicht ist um nicht von allen dämonen nach und natürlich jahrelange ausbesserung einrichtung wie der ist aussehen bekommen ja wohl so information zu lesen welts klamotten sind irgendwie von irgendwie anderen charakteren und irgendwie zusammengestellt worden so ein tag bleiben von madeleine einer der vier winde verspürt einen hauch von reife aber berücksicht auch ihr vorliebe für schleifen da kommt sie aber noch nicht an an der schleifen ich habe jetzt rüschen gedacht weil die rüschen königin ist immer noch hier ist er lehnen in den komischen bh wenn sie außen trägt eintrittsklagen von gregory das sieht aus wie irgendwie wie immer das hell potter das wie so ein mantel von harry potter viel zu der vier winde die dämonen dachten sie wohl stehen für die treue zu näher der fall und allen näher und allen verbündeten so gucken welches level die gerade sind und so heißt ja eleganz kleid alltag zeugungs lässt ja anfühlen dafür winde edeskeit für ruhige tage im sommer ihre freunde helfen öfters mit den haaren ja wenn wir so ein massives so eine massive haarpacht hast die preisfrage ist jetzt natürlich welches level sind die kollegen level 20 level 20 damit einst gepanzerte audi muss ich dringend alle hochleveln ich weiß immer noch nicht was melusin ist das ist doch definitiv eine anspielung an das wort limousine dämonen kind dämonen kind müssen wir uns und dings werden dämonen kind da wird ein fünf oder schlecht ich dachte hat es hat weil er es gesagt so jetzt hinter gegen den kampf der fall hätte einer krepp gesehen da der weg ist der mutter schon irgendwie gespoilert so werden sich alles ein anschließende ich habe irgendwie angefangen zu zweifeln wer sich dass sie sich uns anschließt einfach nur weil sie diese fähigkeit hat und weiß nicht da daniel ja böse war gegen ende des dlcs klang ist jetzt nicht so als würde er sich einen anschließen weil er halt ja böse ist deswegen diese persönliche fähigkeit keinen sinn mehr macht ne und von daher war es irgendwie nur sinnvoll hat er sich einen anschließende aber anscheinend und sich beide anschließende auch wenn es wieder sehr convenient war übrigens wir sind auch hier weiß ich das er nimmt irgendwie sowas gewicht so aus dieser ganzen handlungen so ja sie sie ist für unsere sünden gestorben und er hat 1000 jahre auf sie gewartet und ja dann fünf minuten später kam die doch zu versteht was ich meine ok so seine werte ich muss eine werte mal anschauen ich werde den beiden wahrscheinlich auch die waffen geben diese im dlc hatten also hier er kriegt ahndung ich meine wenn die die schon irgendwie im dlc hatten dann macht das für mich nur sinn denen auch die waffen im hauptspiel zu geben würde ich jetzt sagen weil sonst würde ich glaube ich nie benutzen ja ich muss die definitiv hochleveln irgendwie stärker werden das lässt ja dass ich so wie sie ist so mit denen mit der klasse und so gregory lasse ich wahrscheinlich auch so weil der weise haben wir eigentlich nur manche nur zitrin außer ihm also ist jetzt nicht so als hätten wir übermaß an weisen bei ihr allerdings bin ich mir nicht so sicher was ich mit ihr mache entweder ich mache sie zu einer magie kanonieren einfach nur damit wir der dlc einheit haben oder ich mache sie general zu einem general aber kann ich das überhaupt machen irgendwie stimmt also mit emblem trainieren und so am besten wäre ja wenn sie ein schwert general werden weil so wie es jetzt aussieht haben wir ja wir haben drei generäle wir haben ein axt general wir haben wir haben mit louis ein lanzen general mit jade haben wir auch schon axt general außer einer von denen kann irgendwie eine andere general werden mit irgendwie es rang schwerter aber sie glaube ich nicht so aus ne ja da ist natürlich jetzt ein bisschen schade hat man wie sieht damit der kanonieren aus auch keine version aber auch es wir sind dann wir sind dann ihre fähigkeit ihre werte gehen runter ja okay wir müssen halt nicht so hoch sein weil sie hat eine fernkämpferin ist ne ist klar du musst jetzt nicht so tanky sein wie vorher wäre mir noch nicht so sicher ne ich weiß auch übrigens nicht wie hat abläuft wenn ich irgendwie jemanden wie wir laufen das überhaupt ab ich habe schon lange keine ich habe eigentlich noch nie zwei siegel sonst ne aber dann fangen wir wieder auf level 1 an und das stört mich ein bisschen und als ich müsste hat jetzt schon machen ja ich müsste hat sofort machen ob ich wie ich das sehe kann sie auch ist sie auch die einzige die jetzt irgendwie werden kann kann ja nicht jeder zu so einem ding werden denn so doch magie kann und mir ich bin mir noch nicht so sicher ist zum nächsten mal werde ich wahrscheinlich hat schon alles gemacht haben aber im moment bin ich mir noch nicht sicher wie sieht es mit dings aus mit mit john wo ist john ihn sehe ich irgendwie so als verzauberer weil er sieht so er sieht so ein bisschen aus schon so mit dem mit der mütze und so das schreit schon irgendwie so so verzauberer aber kann er gar nicht werden verdammt wieso nicht fäuste und dolche problem ist die fangen dann alle mit level 1 an aber ich will auch ganz ehrlich sein verzauberer fand ich war jetzt nicht so eine klasse die mich interessiert vor allem weil er dadurch items benutzen muss items benutzen da ist so ein instant weil ich mich schon irgendwie sehr nicht gerade ansprechen so und ich mach mal was ich jetzt glaube ich noch nie gemacht habe und ich werde jetzt irgendwie weil ich die arena offscreen machen weil ich sitze hier schon viereinhalb stunden fünf stunden wahrscheinlich schon weil ich ja vorhin noch eine halbe stunde links gemacht habe battle preparations und ich will jetzt einfach mal fertig werden wir haben freitag wir haben wir haben halb drei im moment ich habe um 21 uhr angefangen und ich will jetzt einfach mal aufhören ich muss schon wieder pinkeln und ich werde hier alles ausgehen erledigen ich werde anfangen den paar zu ändern damit der samstag auch noch irgendwann mal hoch geht und ich will jetzt einfach erst mal ich bin auch ganz schön müde deswegen gehe ich auch gleich schlafen also ja wir sehen uns dann bis zum nächsten ist zum nächsten mal ich weiß gar nicht was beim nächsten part machen werden wahrscheinlich eins der der emblem quest von daher wird ja schon sehen also ja bis dann ciao ciao